Ich will nur, dass er dich genauso liebt, wie ich dich liebe. Emmi, ich krieg das hin. Hey, Dad. Willkommen zu Hause, Süße. Das ist bestimmt Matt. Oh, in ein Polizeiauto. So als wäre ich ein Verbrecher und sieht er... Oh! Wen haben wir denn da? Lass dich umarmen, das muss jetzt sein. Sehr schön. Wir Quinns haben einen jugendfreien Kult. Wir haben eine Art Selbsthilfegruppe. Selbsthilfe für wen? Für die Menschen, die hier reingeheiratet haben. Weihnachtsmorgen frage ich Emmi, ob sie mich heiraten will. Ich muss vorsichtiger werden, wen ich in diese Familie lasse. Ich muss beweisen, dass ich gut genug bin. Ich bin traurig. Irgendein Wunsch? Kennst du den Song Nicht Jetzt von dir? Vielleicht ist es der Stress der Feiertage, aber irgendwie verstehen Matt und ich uns gerade nicht. Das ist mein Lieblingstag und den möchte ich gern mit meinen Liebsten verbringen. Und Matt. Wirăttau den Song Krieginnen und utilizbeiträ snowen Sprecher. Wir��어요! Wirklich. Wirklich. Und wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020